Aus der Kurve heraus mit dem beschneuigen Beginn, achten Sie darauf langsam und beständig auszugeben, ja, das ist das hier, das geht ja schon ein bisschen anders hier, ja, leicht quer kommt das Ding schon, und ja, auf jeden Fall das Menü, beziehungsweise auch die Grafik hier unten, wie ihr seht, haben sie im Gegensatz zu Gran Turismo 5 verändert, ach so, eine Runde müssen wir nur fahren, Das Auto gefällt mir